Einen wunderschönen guten Morgen am 15. März. Da die Tagesschau mit einer lustigen Satire beginnt, nehme ich das doch gleich als Thema für mich auf und trage das vor. Ein Schock, der seinesgleichen sucht. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist letztes Jahr geschrumpft. Das kann schon mal überraschen. So schreibt die Tagesschau, Allein das erste Quartal des Jahres 2021 kostet die deutsche Wirtschaft demnach rund 50 Milliarden Euro. Insgesamt beläuft sich der Wohlfahrtsverlust bislang auf 250 Milliarden Euro. Grundlage für die Rechnung ist die Modellierung des Konjunkturverlaufs in einer Welt ohne Corona und der Vergleich mit der tatsächlichen Entwicklung. Die Tagesschau schreibt dann weiterhin, dass es irgendwie trotz der Insolvenzaussetzung und der Staatshilfen vielen Unternehmen nicht gelungen sei, standzuhalten. Ich habe ein Problem mit dem Verständnis der Tagesschau. Ich weiß ja nicht, ob euch das entgangen ist, aber Insolvenzaussetzung war mal strafbar. Wenn man seine Insolvenz nicht angemeldet hat, sondern stattdessen verschleppt hat. Das hieß Insolvenzverschleppung und dafür ist man in den Knast gegangen. Letztes Jahr hat unsere Verwaltung mit ihrer sehr, sehr interessanten Rechtsauffassung dann auf einmal dieses Verbot zur Regel erhoben und auf einmal war es dann normal, dass man die Insolvenz verschiebt. Mit ein bisschen Logik ist aber ein Unternehmen, was pleite ist, drei Monate später immer noch pleite. Insofern kann eine Insolvenzaussetzung ein Unternehmen irgendwie nicht retten. Das dürfte einleuchten. Staatshilfen, die Novemberhilfen heißen und jetzt im März immer noch nicht ausgezahlt wurden, werden wahrscheinlich auch niemanden retten. Im Gegenteil wird aber wahrscheinlich derjenige, der sich darauf verlassen hat, jetzt fünf Monate weiter Kosten haben, weil nämlich seine Kredite und die Überziehung seines Kontos wahrscheinlich nicht ganz so billig war. Keine Ahnung, was die Tagesschaujournalisten so machen, aber mit Wirtschaft haben die wohl nicht so viel am Hut. Nun ja. Die Statista sagt zudem, das ist ganz interessant, dass es im Jahr 2019 3,45 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt gab in Deutschland und 2020 dann 3,33 Billionen. Das sind also 0,115 oder so Billionen weniger. Also 120 Milliarden machen wir daraus mal. Wenn wir jetzt die 50 Milliarden von diesem Jahr draufrechnen, sind wir bei 170 Milliarden. Ich frage mich jetzt natürlich, wo die Tagesschau diese 250 Milliarden her hat, wenn das offizielle Institut Statista andere Zahlen rauswirft. Aber gut, muss ich ja vielleicht noch nicht verstehen. Die Welt schreibt über Impfungen. Der Staat habe die Pflicht, die Freiheit des Einzelnen so weit einzuschränken, als es das wohlerkannte Interesse der Gesellschaft erfordere. So zumindest sagen es die Anhänger einer Impfpflicht. Das stimme keineswegs, denn zwangsweise Behandlung sei eine Verletzung der Grundrechte. So widersprechen die Gegner. Insbesondere der Selbstbestimmungsrechte über den eigenen Leib. Der unversöhnliche Streit findet viel Resonanz in der Öffentlichkeit. Ich habe in der parlamentarischen Erfahrung kaum ein einziges Mal gesehen, dass das größere Publikum ein solches Interesse an der Verhandlungen des deutschen Parlaments nahm. Wie bei dieser Gelegenheit wunderte sich ein christlich-demokratischer Abgeordneter. Naja, also es geht ums Frühjahr 1874, daher auch die komische Sprechart. Und nicht ums Jahr 2021. Reichsbürger gründeten einen Verband zur Bekämpfung der Impfung, ist der Titel. Und es geht ums deutsche Kaiserreich, denn Bismarck hat 1874 versucht, das Impfgesetz zu etablieren. Und das fanden die damals nicht so lustig, zumindest anteilig nicht. Man hat also Impfpflicht gegen Pocken einführen wollen und das ist nicht gelungen. Und auch in der Weimarer Republik scheiterten die Impfungen gegen Diphtherie und Tuberkulose dann. Die man ebenfalls im Dritten Reich nicht durchsetzen konnte. Man muss aber dazu sagen, dass Bismarck die Impfpflicht hingeschrieben hat, nur umgesetzt wurde sie irgendwie nicht so richtig. Alles nicht so ganz toll und scheinbar schon ewig ein Thema. Und auch damals, wenn man den Artikel liest, gab es schon Leute, die gesagt haben, das ist alles nur Hokuspokus und stimmt überhaupt nicht überein. Die Welt redet ebenfalls über AstraZeneca. Und zwar sieht AstraZeneca laut der Welt kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Verbindung mit seinem Impfstoff. Das habe eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten ergeben. Dennoch sind Irland und Niederlande jetzt erstmal aus diesem Impfprogramm von AstraZeneca rausgestiegen. Wahrscheinlich hat AstraZeneca einfach mal typische IT-Larmanie den Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt und den Rechner neu hochgefahren und hat danach in die alten Tabellen geguckt und dann war immer noch das gleiche Ergebnis da. Also haben sie sozusagen alle verfügbaren Sicherheitsdaten geprüft. Die deutsche Lust an der Unterwerfung Die Bundesregierung kann die andauernde Einschränkung von Freiheitsrechten immer weniger begründen. Trotzdem geben sich manche Bürger nur zu gern ihrem Diktat hin. Es ist ein Meinungsartikel, der irgendwie in einer öffentlichen Zeitung steht. Aber solange gewählte Parlamentarier alles abnicken und die Staatsbürger sich das gefallen lassen, ist es eben so. Durchaus korrekt. Vielen Dank, liebe Welt. Vielen Dank, liebe Welt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurde gewählt. Und wenn man sich so die Zeitungen anguckt, stellt man fest, es gab eine heftige Wählerwanderung. Die Welt schreibt dazu, fast alle Parteien verlieren die meisten Stimmen an die gleiche Gruppe. Das klingt kryptisch, ist es aber nicht. Wir haben bei ehemaligen SPD-Wählern, also, oder wir haben bei der SPD 31.000 mehr Nichtwähler, so rum. Wir haben bei der CDU 54.000 Nichtwähler mehr, wir haben bei der AfD 42.000 Nichtwähler mehr, bei der FDP 6.000 und bei den Grünen 4.000. Das ist jetzt nur Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg sieht das ähnlich aus, nur natürlich mehr, weil da wohnen ja auch mehr Menschen. Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, eine positive Entwicklung. Dennoch ist da natürlich Grün gewählt worden und jetzt stellen sich die Liberalen, also die sich so liberal nennen, allen voran der abgekaterte Herr Lindner, eine Ampelkoalition vor und wollen da jetzt in die Regierung. Und weil die CDU so abgebaut hat, hoffen sie, dass sie um die herumschiffen können und so weiter und so fort. Letztlich ist das Hupe, wer da oben steht. Die Option heißt nicht hingehen. Der Herr Scheuer möchte heute der Tagesschau das Ende fossiler Verbrenner einläuten. Und zwar hat er sich in einem Zeitungsinterview geäußert, und zwar für ein Ende fossiler Verbrenner in den kommenden 15 Jahren. Seiner Ansicht nach ist der Verbrenner damit aber nicht völlig am Ende. Er blickt auf synthetische Kraftstoffe. Die müsste man konkurrenzfähig machen und davon könnte man dann eventuell weiter Autofahren. Ja, vielleicht sollte man den Herrn Scheuer mal darüber informieren, dass es fossile Brennstoffe so nicht gibt. Zumindest nicht im Öl und in verschiedenen anderen Dingen. Aber da wir unsere Autos ja nicht mit Kohle befeuern, müsste er sich da wohl mal ein bisschen besser informieren. Klitschko im Erdloch, unter einem heranrollenden Panzer, eine Handgranate werfend. So die Welt, laut der DPA. Mit schweren Maschinengewehren übt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die Abwehr russischer Panzer. Naja, seit dem Umsturz in Kiew, schreibt der Artikel, Der russischen Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 und der anschließenden Unterstützung von Separatisten im Donbass durch den Kreml sieht sich die Ukraine militärisch vom Nachbarn bedroht. UN-Schätzungen zufolge wurden in dem siebenjährigen Konflikt in der Ostukraine mehr als 13.000 Menschen getötet. Ja, da ja die ukrainische Regierung auch heute noch aktiv in Donbass und in diesem anderen unabhängig werden wollenden Teil rumschießt und rummörsert, ist das schon klar, dass da Menschen sterben. Das ist natürlich eine Frage, in welchem Kontext man das stellt. Liebe Welt, liebe DPA. Witzig ist daran auch, dass RT das ein bisschen aufgeklärt hat. Die haben nämlich mal ein bisschen genau nachgeguckt und stellten fest, dass es gar keine Grundlage gibt für diese komische Aussage. So sagt RT, Falschmeldung der deutschen Presseagentur. Die DPA behauptet in ihrem Bericht über das Militärtraining, dass Klitschko die Abwehr russischer Panzer geübt habe, doch weder in seinem Facebook-Post noch in seiner offiziellen Pressemitteilung als Bürgermeister von Kiew, die die DPA als Originalquelle für ihre Agenturmeldungen angibt, ist von russischen Panzern überhaupt die Rede. Der Herr Warwick hat bei der DPA angefragt und die Beantwortung war bis zum Ende des Artikels hier nicht vorhanden, es wurde aber nachgereicht und so schreibt die DPA jetzt, wir haben die Berichterstattung korrigiert, Klitschko sprach nicht explizit von russischen Panzern, sein Pressedienst betonte aber, dass die Übung von dem HG einer äußeren Aggression stattfand, oder von dem Hintergrund einer äußeren Aggression stattfand und es für die Ukraine seit der russischen Annexion der Krim nur die Bedrohung durch Russland gäbe. Ja, also interessant ist, dass die Welt zumindest mal diesen Hintergrund nicht korrigiert hat, obwohl es die DPA schon am 14. März gemacht hat. Blöd finde ich, dass die sich über Twitter unterhalten, weil man da ja nur begrenzte Zeichen hat und diese ganzen Abkürzungen, diese Artikel fast unlesbar machen. Und ansonsten finde ich, sollte sich die DPA dringend mal mit Diplomatie auseinandersetzen, und dann würde sie nämlich verstehen, dass ein Volksentscheid, der dafür sorgt, dass die Krim zu Russland übertritt, irgendwie ein demokratischer Prozess ist und nicht ein aggressiver Übertritt oder eine Annexion. Aber gut, ist vielleicht ja auch Ansichtssache. Die Tagesschau redet auch über Annexionen und blutige Putsche und da geht es also um Myanmar. Laut Anwälten wurden bis zu 38 Menschen getötet am blutigsten Tag seit dem Militärputsch. Das kann ja jeder lesen, wenn er will. Ich stelle mir halt einfach die Frage, warum die Tagesschau sich auf Anwälte beruft, die bei einem Militärputsch irgendwelche Aussagen tätigen. Da muss doch irgendwas dahinter stehen. Interessant ist, dass in dem Artikel drin steht, dass abgetauchte Abgeordnete jetzt irgendwie in den Protest organisieren. Die Frage ist ja, wer die jetzt unterstützt. Da würden mir ja vielleicht mehrere Leute einfallen. Zitat Tagesschau. Eine Gruppe gewählter Abgeordneter, die seit der Machtergreifung des Militärs im Untergrund lebt und eine Art Gegenregierung gebildet hat, mobilisiert unterdessen die Bevölkerung. Das Land erlebe gerade seine dunkelste Zeit, aber das Licht des Sonnenaufgangs sei nah. So sagt Ex-Parlamentspräsidentin Mann-Win-Kain-Tan am Samstagabend in einem Video. Die Menschen sollten mit ihrer Unbesiegbarkeit Widerstand leisten und weiter gegen die unrechtmäßige Diktatur auf die Straße gehen. Unschwer zu erkennen ist, dass wir hier einen kleinen Sonnenkult haben, der mit Unbesiegbarkeit durch die Gegend rennt. Und nein, das ist natürlich nicht okkult und ist nicht vor irgendwelchen Hintergründen zu betrachten. Und dass die Anwälte da berichten, ist auch total normal. Auch in Senegal gibt es irgendwie Proteste, da in dem Fall jetzt gegen Korruption, zumindest sagt das die Tagesschau. Wer weiß, ich bin nicht da. Senegals Jugend ist auf den Straßen wütend seit Tagen. Seitdem der Oppositionspolitiker Ousmane Sonko angeblich willkürlich verhaftet worden war, platzte vielen jungen Leuten der Kragen. Wegen Vergewaltigung wurde der 46-Jährige festgenommen. Nun ist der angeklagt und durch den Druck der Straße erst einmal gegen eine Korruption freigelassen worden. Ja, mal kurz drüber nachdenken. Afrika, ein einzelner Mensch, der wegen einer Straftat, die da durchaus normal zu sein scheint, in Polizeigewahrsam nimmt, sorgt dafür, dass Jugendliche ins Demonstrieren geraten. Warum kommt mir das bekannt vor? War das nicht überall so, dass man irgendwie einen Sündenbock brauchte und auf einmal standen die Jugendlichen auf der Straße, also beginnend in der 68er-Revolution bei uns oder vielleicht auch beginnend in Südafrika und dann sich fortsetzend überall in der Welt, wo wir dann irgendwelche komischen Farbrevolutionen und Putsche hatten. So sagt also die Tagesschau, Zitat, Der Senegal gilt eigentlich als eine der stabilsten Staaten in Westafrika mit friedlichen demokratischen Wahlen und Wirtschaftswachstum. Eindeutig. Experten sehen aber Rückschritte. So stufte zum Beispiel die internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House aus Washington das westafrikanische Land von frei auf teilweise frei herab. Mit Sorge wird auf die Wahlen 2024 geblickt, ob Amtsinhaber Mackie Saul verfassungskonform tatsächlich nach zwei Amtszeiten abdanken wird. Die Freedom House NGO stuft das Land von frei auf teilweise frei herab. Wie heißt denn die Stufe unter teilweise frei? Teilweise Sklaverei oder wie nennt sich das dann? Könnte die Freedom House Deutschland vielleicht auch als teilweise frei einstufen? Ich fühle mich nämlich nicht frei in diesem Land. Interessant ist, wenn man sich die Freedom House anguckt, wer da so drin ist. Und natürlich ist das eine NGO, die überhaupt gar keinen Einfluss hat. Da tauchen lustige Themen auf. Die machen also Reporte wie Freedom in the World, Freedom in the Press und Freedom in the Net. Also Pressefreiheit, Netzfreiheit und Freiheit in der Welt. Die haben ja harte Themen und müssten ja dann zu dieser jetzigen Zeit eigentlich überall auf den Barrikaden stehen. Davon sieht man aber nichts. Woran könnte das liegen? Frühere und aktuelle Boardmember des Freedom House, der NGO, die natürlich eine Non-Profit-Organisation ist, gar keine Frage, sind Herr Brzezinski, der Typ, der mit Rockefeller zusammen diese trilaterale Kommission gegründet hat und mehrere Logen hat und so. Dann tauchen da Menschen auf wie Kenneth Adelmann, jüdisch geboren und Unterstützer von Barack Obamas Bombenpolitik. Farouk Khadwari, der ist der ehemalige Co-Chair der Muslim-Jewish Advisory Council. Paul Wolfowitz, der zehnte Präsident der Weltbank, ein polnischer Jude, Immigrant in Amerika und dessen Angestellte bzw. für ihn Redende Asana Fisi ist da auch drin. Die ist ein Visiting Fellow und Lesungsteilnehmer der Johns Hopkins University, ist dann irgendwie in die Schweiz gegangen nach ihrer Ausbildung, ist dann später in den University of Oklahoma aufgeschlagen und ist dann Unterstützerin von Herrn Wolfowitz geworden, der wiederum für George W. Bush irgendwie im Secretary of Defense gearbeitet hat. Also ein weiterer Bombenwerfer und seine Zofe. Jean Kirkpatrick hat auch interessante Geschichten hinter sich. Die hat nämlich eine politische Karriere hingelegt von der Sozialisten-Party in Amerika zur Demokraten-Party in Amerika zur Republikaner-Party in Amerika. Wenn das nicht mal eine Karriere ist, weiß ich es auch nicht. Da muss man sich nicht wundern, dass die Republikaner heutzutage unterwandert sind. Ein weiteres Member of the Board, Otto Reich, Diplomat und Lobbyist, der unter Ronald Reagan, George W. Bush und George Herbert Walker Bush gearbeitet hat. Natürlich hat er einen jüdischen Papa und ist ein totaler Non-Profit-Lobbyist. Kennt man ja. Die sind ja häufig. Donald Rumsfeld, ebenfalls Member of the Board des Freedom House. Der Papa war aus deutscher Familie und ansonsten wissen wir ja, dass der Herr Rumsfeld den Krieg in Afghanistan, den Krieg im Irak und verschiedene andere lustige Einsätze mit gelenkt hat. Und unter seiner Führung das Ganze geschah. Ein toller Typ. Stephen Forbes, das ist tatsächlich der Sohn von diesem Langzeit-Forbes-Publisher Malcolm Forbes und ist also einer der reichsten Menschen, die so frei rumlaufen. Der ist bestimmt auch in dieser Non-Profit-Organisation richtig gut aufgehoben. Und nicht zuletzt war ja Druston, weil man braucht ja auch noch irgendwelche, wie nennen die sich, Artists against apartheid, ach nee, against, egal was da gerade ist, also unfriedliche Prozesse. Der ist der American Leader in Social Movements für Völkerrecht, Sozialismus, also Gewaltverzicht im Sinne von Mahatma Gandhi und Schwulenrechten. Also das ganze Programm, so wie sich das gehört. Ich denke, das Freedom House ist auf jeden Fall eine Institution, auf die man dringend hören sollte. Vor allen Dingen, wenn es um den Senegal geht, denn die UN hat ja in Afrika schon so einige glorreiche Taten vollbracht. Ich erinnere nur dunkel mal an meinen Apartheid-Inhalt von den Sonntagen da vor ein paar Wochen. Ist bestimmt alles überhaupt nicht bedenklich. Der Telegraph. US-Präsident Biden fällt vor unseren Augen auseinander. Oha! Der Kolumbist Dominic Green zweifelt an der vollständigen Amtsfähigkeit von US-Präsident Joe Biden. So schreibt es die Epoch Times. Er ist der Meinung, man müsste sich dem Thema stellen, dass dieser Mensch offensichtlich in einem sichtbar sich verschlechternden Gesundheitszustand ist. Er hat ja seit seinem Amtsantritt keine öffentliche Rede mehr gehalten. Außer, dass er da seine komischen Executive Orders verlesen hat, ist da nicht so viel passiert. Und ob das wirklich er war oder wie auch immer, weiß ja kein Mensch. Aber immerhin wird die Statistik weitergeführt. 46 Bomben pro Tag. Neue Erkenntnisse zum Krieg gegen den Terror. Der USA und ihrer Verbündeten. Und damit sind wir bei RT Deutsch. Und sozusagen beim Abschluss meines heutigen Nachrichtenüberblicks. Zitat der Artikel Vor wenigen Tagen veröffentlichten Medea Benjamin und Nicholas J.S. Davies von der Antikriegsorganisation Code Pink eine entsprechende Analyse. Zitat Die USA und ihre Verbündeten haben seit 2001 mehr als 326.000 Bomben und Raketen auf Menschen in anderen Ländern abgeworfen. Darunter über 152.000 im Irak und in Syrien. Das entspreche im Durchschnitt 46 Bomben und Raketen pro Tag. Und das seit fast 20 Jahren. Im Jahr 2019, in dem letzten Jahr, wo ja Donald Trump noch in der Regierung war, dem man ja nachsagt, dass er irgendwie gar keine Bomben geworfen hat. Gibt es entsprechende Zahlen, die zur Verfügung gestanden haben. Und da waren es im Durchschnitt wohl 42 Bomben und Raketen pro Tag. Darunter hat 20 pro Tag allein auf Afghanistan. Die Code Pink Zahlen, auf die man sich hier beruft, basieren hauptsächlich auf offiziellen Veröffentlichungen des US-Militärs sowie auf Daten des Bureau of Investigative Journalism. Dem Yemen Data Project sowie der New America Foundation, bei der genannten Zahl von 326.000 Bomben, handelt es sich allerdings dennoch um eine konservative Schätzung. Also man geht davon aus, dass es deutlich mehr sind. Nur vielleicht für die Menschen, die irgendjemandem anders versuchen zu erklären, dass Donald Trump keine Bomben abgeworfen hat und ein total friedlicher Mensch ist. Nicht, dass er schlimmer war als Obama, das ist glaube ich nicht so einfach, aber auf jeden Fall war er nicht heilig. Biden ist natürlich heilig, deswegen verkauft er jetzt seine alte Technik an uns. Und zwar, das US-Außenministerium hat den Verkauf von 5 P-8A Poseidon-Flugzeugen, die von Boeing als eines der fortschrittlichsten Waffensysteme der Welt beworben werden, samt Ausrüstung an Deutschland genehmigt, zum Preis von rund 1,5 Milliarden Euro. AKK schlägt in Amerika ja immer gerne mal zu, so hat sie ja auch atomwaffenfähige Bomber kaufen wollen, möglicherweise auch getan, wer weiß das schon so genau. Die Poseidon ist jedenfalls laut im Artikel, nicht nur ein Spionageflugzeug, das in der Lage ist, Ziele zu überwachen oder Kampfflugzeuge zu ihnen zu lotsen, sondern es ist auch eine fliegende Waffenplattform, die nach Ansicht von Luftfahrtexperten eine ernstzunehmende Schlagkraft hat. Und in der Lage ist, Raketen und Bomben für den Angriff auf Boden, Seen oder Wasserziele gleichermaßen zu tragen. Wir haben jetzt also Flächenbomber. Läuft bei uns. Witzig ist, dass die Amerikaner uns das Ding verkaufen und man wohl davon ausgehen kann, dass die Technik, die da drin ist, von den Amerikanern weiterhin ausgelesen werden kann. Und nachher sind wir wieder völlig überrascht, warum die Amerikaner über unsere Sachen Bescheid wissen. Ein weiterer Artikel von RT-Deut, schwedische Experten. Russland könnte Dritten Weltkrieg gewinnen. Das schwedische Institut für Verteidigungsforschung hat irgendwie auf dem Papier ein bisschen rumgekritzelt und festgestellt, dass auf dem Papier das Kräfteverhältnis Russland gute Erfolgschancen böte, wenn der Konflikt kurz gehalten und der Ausgang früh entschieden werden könne. Viel Konjunktiv. Anton Alichanov, der Gouverneur der Region Kaliningrad, wo laut dem General der Angriff entstehen könnte, also laut dem schwedischen General, hat die Idee kritisiert, dass Moskau in den Krieg ziehen will. Ihm zufolge würde Russland diese Schlachtpläne nicht umsetzen, da das Land seinen Nachbarn nichts Schlechtes wünscht. So sagt Herr Alichanov, Zitat, hören Sie auf, Strategien zu entwerfen, wer wo einmarschieren wird und welche Panzer auf welchen Pflastersteinen fahren werden. Wir müssen uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich denke, da hat er recht. Russland gibt eine klare Warnung an Washington raus. Und zwar droht Moskau laut dem Artikel von RT mit Vergeltung, falls die USA-Raketen in Japan stationieren. Und so hat die liebe russische Sprecherin gesagt, Zitat, Ja, leider wahr, Abrüstung scheint auf jeden Fall nicht auf dem Plan von irgendwem zu stehen. Die Briten haben auch ihr Atomwaffenabrüstungsprogramm mal eben abgebrochen und bauen stattdessen lieber neue. Und Israel nimmt iranische Öltanker auf ihrem Weg nach Syrien ins Visier. Das ist wahrscheinlich der Plan der grünen Weltverwandlung, dass man irgendwie jetzt neue Viosphären schafft. In Ölteppichen will man wahrscheinlich zukünftig jetzt irgendwelche Vogelkulturen untersuchen. Das weiß ich nicht so genau, welchen Sinn das haben soll. Aber gut, auf jeden Fall treibt es natürlich den Ölpreis in die Höhe. Zu guter Letzt Erforschung des Universums im Baikalsee Neutrino-Detektor geht in Betrieb Ja, in Russland ist am 13. März 3 mal die 13 der größte Unterwasser-Neutrino-Detektor der nördlichen Halbkugel in Betrieb genommen worden. Ich will mich damit jetzt gar nicht so tiefgreifend befassen, aber jeder darf darüber selber nachdenken, warum wir unter dem Bodensee CERN haben und die Russen unter dem größten Süßwasser-Reservoir der Erde jetzt einen Neutrino-Detektor bauen. Und wenn man das so auf der Welt weiterverfolgt, passiert das überall mit den Süßwasser-Reservoirs. Wahrscheinlich ist diese Geschichte total super und wir sollten ganz dringend in den Himmel gucken und zum Mars gucken und zu verschiedenen anderen hypothetischen Sachen gucken, die in der Literatur vorkommen und uns überhaupt gar keinen Kopf machen, dass die Jungs da völlig Scheibe spielen. Insofern wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und einen tollen Start in die Woche. Und wenn ich euch das so auf der Welt verfolgt,